So, hey von UZC, was geht ab? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, heute ist das UHC-Turnier, die erste Runde geht heute los. Mal schauen, ob wir was zusammen mit dem lieben Alpacarmica 1208, glaube ich, reißen können. Ob wir vielleicht einen Sieg holen können oder ob es dann doch das frühe Aus für uns ist. Wir werden das Ganze sehen. Zum Schluss werdet ihr natürlich alle von fast allen Mitspielern ein Interview hören, also wie deren Taktiken vielleicht waren, wie sie sich gehofft hatten, den Win zu holen oder wie sie auch vielleicht die nächsten Taktiken haben. Also das Zuschauen lohnt sich auf jeden Fall auch wirklich bis zum Schluss, auch wenn das Video ein bisschen länger ist, damit man auch für die Leute, die das Turnier auch selber spielen, vielleicht ein paar Tipps haben, wie es in den nächsten Runden zugehen kann. Ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst gerne eine positive Wertung da, falls euch das Video gefällt. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch mit der Schule ist, ob ihr jetzt wieder richtig Schule habt oder immer noch Wechselunterricht. Es gibt ja ein, zwei Schulen, die noch Wechselunterricht haben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr davon noch betroffen seid. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sind jetzt noch auf dem Server, beziehungsweise jetzt Film ab mit dem Turnier. Viel Spaß! Ja, mach das! Wir brauchen Bücherregal, deswegen lasst uns nachher noch Zuckerrohrfarben gehen. Hier ist irgendwo ein Spawner, 100%. Stirb nicht, stirb nicht. Wie viel Leben hast du? Ich nehme mir viele. Hast du? Ja, okay, du hast alle. Ja, hier ist Eisen. Oha, hier ist richtig viel Eisen. Aber auch richtig viele Zombies. Ich glaube, da oben ist irgendwo ein Spawner. Ich habe was explodieren gehört. TNT anscheinend. Da ist ein Name-Tag. Da ist ein Pink ist ein Name-Tag. Pink, 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 Pink. Katzenbabe. Oder Just Tank. Nee. Oh, stimmt. Das könnte auch sein. Das wäre nicht so geil. Sneaken am besten. Hier braucht goldene Äpfel. Könnt ihr? Ja, ich habe noch sechs Stück. Ich mache mal kurz was in ein Backpack rein. Das ganze Eisen. Blöcke. Sechs Goldäpfel. Okay, Backpacks sind sechs Goldäpfel drin. Komm wieder zurück, komm wieder zurück. Ah, hier ist ein Skeletz in der Lava. Warte, ich glaube, ich mache mal eben kurz noch ein bisschen fest. Eisen. Achso. Oh, sorry. Hier. Warte, ich habe Achtung. ein Gegner. Scheiße. Nein, als ob das schon das Aus ist. Ey, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Die Katzen war aber auch tot. Scheiße, wir sind raus. Ey, scheiße, Mann. Das kann nicht sein in der ersten Runde. Ja, Leute. Das war schon das frühe Aus für uns. Wir haben keine 15 Minuten überlebt. Leider hier durch den lieben, ähm, Kristallfeuer und sein Teammate, Just Jank, gestorben. Hätte ich nicht erwartet von denen. Ziemlich, ziemlich krass waren die. Das Tank-Kit hat ihnen da sehr gut geholfen. Unser Loot war ja noch nicht so gut. Wir hatten auch keine Diamanten gefunden. Nur Eisen. Und ich hatte nur eine Eisen-Equip. Ähm, ja, da war das Tank-Kit auf jeden Fall, ähm, viel besser im Vorteil. Dadurch hatten sie nämlich besseres Equip direkt von der Rüstung her. Und auch direkt eine Spitze, wodurch sie direkt farmen konnten. Was wir uns auch erst mal erfahren konnten. Ja, jetzt schauen wir uns einfach mal an das restliche Event, beziehungsweise das restliche. Moderieren ein bisschen und schauen einfach mal, was die anderen Teams so reißen. Bis jetzt sind nur wir draußen. Und, ähm, ansonsten überleben die anderen Teams noch Lefrex. Ein Bot macht alles für mich. Das sieht halt echt nicht nach dem Bot aus. Schau mal. Das ist 100% ein Bot. Guck mal, der Bot guckt die ganze Zeit gerade aus. Die Kunde spannen den weg. Was kann man da machen? Eindringen, Sicherheitshand, VPN-Bug-Using, Cross-Cheming, unangebrachte, genahme, geparktungsbar. Und dann überhaupt die Client-Modifikation. Musik Musik Wie random kam das denn jetzt bitte von dem? Aber er ist vernünftig, er kommt wieder zurück und bohrt es ab, soll natürlich hier auch alles jugendfrei bleiben. So und jetzt geht es in 8 Sekunden in das Deathmatch, die Border ist noch relativ groß, beziehungsweise ich sehe die Border nicht, ich würde hier pinnen uns einfach mal zum random Spieler. Wir sind jetzt zum ZL Mikal gegangen. So, Border wird sich jetzt auf jeden Fall verkleinern, 6 Spieler gehen hier in das Finale. Sie machen hier noch was mit dem Armboost, scheint so als ob sie noch mal ein bisschen besser entscheiden müssen. Aber die Border zieht sich auch so, da müssen sie natürlich auch drauf achten, die verkleinert sich jetzt Block für Block. Und das nicht wirklich langsam, also das geht schon relativ schnell voran. Da kann man auch mal schnell in die Enge geraten, wenn da man da fightet. Sieht so aus als ob die hier Sniper Türme bauen, ich weiß nicht ob jemand von den Sniper gedacht hat, aber ich glaube nicht. Oh, beide hier Bögen und ich glaube auch verzaubert. Ja, beide verzaubert. Jetzt wird es interessant, bekommen sie hier den vierten bis fünften Kill, dann sind sie auf jeden Fall sicher erstmal weiter. So müssen sie dann auf jeden Fall auch hier im Halbfinale spielen. Sie gehen hier direkt auf den Kid Chaos, der liebe Vader zieht sich zurück. Und haben sie ihn schon? Nee. Kristallfeuer gegen Kid Chaos, vier Herzen und mit dem Bogen, ein Herz zieht er ab. Er schafft es nochmal zu fliehen. Vader hält sich zurück, macht gar nichts. Kid Chaos hier riskant mit dem... Und hier der... Oh, hier kommen sie mit den Pflanzen. Oh, jetzt gibt es das Fight. Vader trifft die besseren Hits als Kristallfeuer, aber Kristallfeuer jetzt doch irgendwie... Ich würde jetzt irgendwie zu der Kiste laufen. Und jetzt hängt hier alles plötzlich. Oh, jetzt fängt es plötzlich an zu... Ja, laggen. Aber jetzt läuft es wieder. Ja. Na, das wird er leider nicht schaffen. GG, lauf vielleicht zu der Küste zurück und gönn dir jetzt kein Apple. Es ist ziemlich riskant, den Weiß sich ein Apple zu gönnen. Die Border und er ist out of Border. Er kriegt auch jetzt Damage von der Border. Das ist zusätzlich kritisch. Ja, und das war es mit ihm. Just Jank ist out of Border. Oh, hier jetzt auch mit Kristallfeuer und Just Jank am Fighten. Oder wie er auch heißt. Er wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal durchziehen. Und da hittet der ihn mit der Rod runter. Aber er weiß nicht, dass sie Bögen haben. Und von der Rückseite kommt der liebe Kristallfeuer. Oh. Das wird hier auf jeden Fall nochmal ein spannender Fight. Jetzt von hinten wieder eher. Er muss auf jeden Fall jetzt gegen zwei. Aber Kristallfeuer geht schon in den ersten Apple wieder rein. 24 Heads Full Life. Das Jank zieht jetzt auch durch. Alle sind hier am Fighten. Ja. Man könnte ja jetzt theoretisch nicht unbedingt Team, aber ein bisschen zusammenhalten. Das sind die zwei Solos gegen die zwei Duos. Beziehungsweise gegen das Duo. Und da wird er gepusht von oben und... Aber er fliegt ins Wasser. Da kann er nichts machen gegen zwei Leute. Da ist er relativ machtlos. Aber ich glaube, er schafft es nochmal durchzuziehen. Er hat auch noch einen Goldapfel. Ich kann gerade nochmal ins Inventar von ihm schauen. 13 Goldapfel. Anscheinend hat Just Jank und Kristallfeuer keine Pfeile mehr. Kann das sein? Weil sie schießen nicht mehr mit dem Bogen. Ne. Just Jank hat noch 17 Pfeile. Beide hier mit der Rod. Ne. Das weiß er jetzt nicht. Kristallfeuer überlässt Just Jank hier den Fight. Beide ungefähr gleich von den Herzen. Knapp zwei Herzen Unterschied. Wo ist Levrex? Er steht da hinterm Baum. Michal hat es geschafft durchzuziehen. Jetzt kommt Levrex. Er steht immer noch hinterm Baum. Wird auf jeden Fall schwer. Ich glaube aber, dass auf jeden Fall hier Kristallfeuers Team das schaffen würde. Oder was meinst du? Ja. Und ich glaube auch beide generell besser jetzt hier im Survival auch sich generell aufgebaut. Und dadurch besseres Equipment. Weil wenn man sich das Equip vom lieben Levrex anschaut. Nichts Enchanted. Noch nicht mal Full Deer. Jetzt fangen sie auch schon an die Bäume abzubauen. Oh jetzt jetzt. Oh. Steckermittel wurde von Just Jank getötet. Jetzt hier die Zombies greifen auch an. Das beschäftigt sie sehr lange an der Chest. Das könnte gefährlich werden. Aber sie schaffen es wegzugehen. Oder? Denken sie nicht dran. Wegen der Border kannst du auch nochmal die zwei Skelette. 26 Sekunden. Ne. Sie schaffen es wegzugehen. Ja okay. Er ist jetzt auch Full Deer Enchanted. Aber das würde ihm nicht viel bringen. Die sind beide hier richtig heiß auf den Sieg. Ich glaube das war jetzt eben der sechste Kill oder? Ja. Sechs Kills haben sie schon. Da könnten sie sich jetzt den siebten Kill schon sichern. Er hat die Enderpelle geübt sich jetzt ein bisschen weiter nach hinten geworfen. Jetzt ist er direkt im Fight. Was aber auch gut ist, weil Kristallfeuer noch im Wasser ist und verwirrt ist, weil sie nicht wissen wo der ist. Und bis jetzt liegt Just Jank hinten. Von den Herzen. Und das wird hier ein richtig spannender Fight. Kristallfeuer kommt aber jetzt auch von hinten. Er wird auf jeden Fall kontern können. Ja den Killer wird er nicht bekommen. Jetzt Lephrex hier gegen Kristallfeuer. Und Just Jank ist tot. Wir werden den Kill auf jeden Fall Lephrex gutschreiben, weil er der letzte Hit war. Das wird nochmal spannend. Also ob Lephrex jetzt hier wirklich nochmal das Blatt beendet. Hinter ihm noch die ganzen Skelette die ihm auch Damage machen. Ja wird close. Hat er denn noch goldene Äpfel? Ja hat er auf jeden Fall. Er könnte... Ne hat er keine mehr. Oh das wird kritisch. Nein das war's. Und? Oder? Ja. GG. Da gewinnt hier Kristallfeuers Team mit 7 7 Kills. Und Lephrex holt sich hier nochmal einen Kill. Im Duell. Es wird nochmal ein richtig spannendes Duell. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so close wird. Also das waren jetzt glaube ich nur noch 3-4 Herzen Unterschied. Okay ich würde sagen wir gehen erstmal zu den Gewinnern. Wir rufen die Gewinner erstmal zu uns oder? Willst du mitmachen beim Interview? Okay. So. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Ja ihr war die, die uns als erstes getötet hatten. Woher wusstet ihr denn, dass wir bei euch in der Höhle sind? Oder gewesen sind? Gar nicht. Ich hab mich einfach, äh ja ich erzähl Jank was generell. Ähm. Perfekt. Ich hab zu lang gegraben bzw. Strip-Miner für 11. Und dann haben wir eure Name-Tags gesehen. Und dann einfach wir so auch die ganze Zeit mit Name-Tags rumgelaufen. Und ihr so ach ne haben wir nicht gesehen oder so. Haben wir auch schon gedacht. Alter seid ihr dumm. Äh. Ja. Ich hab noch, nein. Ich hab noch Karzen-Babo-Signs gesehen. Ja deswegen, wir haben auf jeden Fall Name-Tags gesehen. Wir waren uns nur unsicher ob es Karzen-Babo ist. Ich meinte auch zum Alpaka. Vielleicht ist es aber auch das Team von Kristallfeuer. Und dann wart ihr plötzlich da. Ja, wir sind dann da irgendwo in Schuhen irgendwann gebrochen. Und dann waren wir dann halt direkt daneben. Okay. Ja und wie war denn euer Vorgehen? Hattet ihr direkt die Taktik? Einer von euch wählt das Tank-Kit? Oder welche Kits hattet ihr überhaupt ausgewählt? Ja. Wir hatten auch den? Ja. Ich kann gerne. Ähm. Wir hatten beide das Tank-Kit. Damit wir dann erstmal ein bisschen weniger Dias für die Rüstung benutzen müssten. Und halt auch erstmal Basic Equip hatten. Dann bin ich halt erstmal auf Gaps und Eisen gegangen. Dann hab ich ein, ja haben wir erstmal diese Axt gecraftet. Ich mein, dann hat ultra, ultra schnell so extrem viel Eisen bekommen. Das war echt cool. Ähm. Ne, auf jeden Fall haben wir dann ungefähr bald, glaub ich, so 16 Gaps auch schon gehabt. Deswegen. Das war ganz, ganz cool. Und dann haben wir eben halt, Kristallfeuer hat halt die ganze Zeit gestript mined. Deswegen. Hatten wir dann auch recht schnell Fuldir. Äh. Und auch dann den Enchanter. Ich hab währenddessen dann auch, ähm. 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 Leather und. Ja, ich hab halt Bücher geholt. Das, äh. Damit wir's halt ein bisschen Schaden halt. Und. So haben wir uns dann halt. Zu. Pulprit 1, glaub ich. Und halt. Schafz-ID am Ende noch. Ähm. Gut. Genau. Ja. Okay. Also. Also. Es war halt so, ich, äh. Wäre wahrscheinlich nicht gestorben, wenn ich Blöcke platzieren könnte. Weil ich weiß nicht echt nicht, was da passiert ist. Aber irgendwie alle meine Blöcke, die ich platziert hab, sind verschwunden. Ah, das Problem hatten wir schon heute Mittag. Ah, ja gut. Ja, das kann sein im Wasser, dass die dann nicht richtig platziert werden wegen der Distanz. Ja, ich weiß nicht genau wie das war. Aber. Ich war. Eigentlich an Lund. Aber ich weiß nicht. Ähm. Wir haben ja gewonnen. Also es war alles gut. Ähm. Ja, also ich hab's auch schon ges- Ja. Sorry. Ja. Ähm. Jetzt im Finale sag ich jetzt mal, war's schon etwas äh. Ähm. Ja. Ja. Das hat man auch auf jeden Fall gesehen, weil der, äh. Der liebe Lephrex hatte auf jeden Fall auch den Low Ground und war ja auch im Wasser. Weil er ja noch gegen den Jank fightet hatte. Gehatte. Oder. Ja. Oder es kann auch sein. Ja. Ich hab mich dann, ich muss mich dann Perlen bin und dann bin die Border gekommen und bin daran gestorben. Ja. Zumindest war auf jeden Fall Lephrex auch noch angeschlagen, weil wir hatten währenddessen sein Inventar auch geprüft. Er hatte keine goldenen Äpfel mehr. Ja. Also hat er, glaub ich, mit dem Elf, mit Elf HP seinen Fight gegangen gegen Kristallfeuer. Ja. Aber er hat hier zum Schluss auf jeden Fall noch ordentlich Damage gedrückt. Ja. Das ist schon schlecht. Ich dachte halt, er wär im Wasser, aber dann ist er halt irgendwie direkt hinter mir und halt. Kristallfeuer war halt nicht da, deswegen war's eigentlich sehr gut gespielt für mich. Ja. Okay, wollt ihr uns denn noch, ihr seid ja jetzt sicher weiter mit 7 Kills und mit dem Win in dieser Runde. Wollt ihr uns vielleicht schon die Taktik für die nächste Runde bzw. euer Vorgehen dann erklären, mit welchen Kills ihr vorgehen wollt oder wollt ihr das noch nicht sagen? Ich glaub, das behalten wir lieber für uns. Auf jeden Fall wird's, denke ich, ein bisschen anders aussehen. Vielleicht. Keine Ahnung. Okay, jetzt ging's auch recht schnell. Da konnte man noch gar nicht mit dem Plan alles machen und so. Ja. Ja. Die Kills sind ja auch gerade erst frisch wieder draufgekommen, die neuen. Die Kills haben wir gemacht. Sieben Kills hab ich jetzt notiert. Ja, ja doch, genau. Ja, ich hatte fünf und er hatte zwei. Ja, dann für euch ist es in Ordnung, wenn das Interview sozusagen im Video ist. Natürlich. Okay, perfekt. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und ... ...